Hovercraft Haltet die Brücke und schützt den Zylinder Angegriffen Na Granate Alles cool, alles cool, um die Ecke Um die Ecke Schande Kopf und so ne Schande Das lief alles schon mal besser Sind das Explosiv Drohnen, ja Sind das ne, aber die Starken oder Von einem Goldmädchen Ne doch nicht Hat mich getäuscht Weg mit dir, du alte Spionage Drohne Sehr schön Haus aus meiner Latichte Ich muss hier nen Sniper eliminieren Ja Komm raus da Dein Kopf und so Komm schon Geht doch Wow Da kommt noch wer Noch einige Geschützi ist am Cooldownen Na, was bist du für einer Schönes Halven Genau Sauberes Halven Immer schön Oh oh Nice, nice, nice Oh mein Gott, wir kommen dem Hovercraft immer näher Da drüben steht es Bitte, bitte, bitte Ich hoffe, ich hab diesen verdammten Schlüssel noch im Inventar Ansonsten, naja Müssen wir wahrscheinlich hier nochmal durch Aber es ist ne ziemlich coole Mission, ne Schon ganz nice Geschützi ist bei uns Na, das war doch ne perfekte Stelle Nochmal bitte Jetzt kriege ich sie nicht Jetzt kriege ich sie nicht Aber jetzt, weg Na 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 Ja 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 Los Lad nach Hm Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn man so ein Gegner fast komplett runter geballert hat Und dann Muss seine Die Hauptwaffe nachgeladen werden Und Naja Man wechselt dann zur Pistole und gibt den Gegner den Rest Oh Das ist Nummer 5 Lebt Oh Wow Alles schön Ne Da will ich nicht hoch, hier will ich hoch Ach Egal, dann Gehen wir halt gar nicht hoch Okay Wo Gehen die runter Der Wäre noch bestimmt Nee Da kommt keiner raus Wer schande schade das war aber auch ziemlich dumm das habe ich verdient macht man eigentlich nicht ja don't try this at home deckung heilen nachladen heilen geschützi and back to topic ja er ist tot und du bist die nächste sniper lady wenn ich dich treffe das nächste mal wow schon wieder schon wieder echt hart am limit hier vorsichtig das ist keine munitionskiste aber wir haben noch ein paar schuss wir sollten zurecht kommen geschütze einpacken aber craft wir kommen ich bin so gehypt habe gehypt vorsichtig das hört sich nach nach einem killer genug mit einem gift botte ich auf dem rücken an fange ich ab gib es mir stirb du missvieh wobei das hätte ich mir echt sparen können irgendwo steht es dann am ende sowieso rum ich kann mir alle zeit der welt nehmen es kalt zu machen ok ok vorsichtig falsches lied weg dem muss ich als erstes kalt machen und kohl und kohl und kohl und kohl und kohl aufja ja 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 vorsichtig sovorte medizinische hilfe erforderlich da wo ist er falsche waffe geht doch geht doch geht doch medikit einsammeln medikit einsammeln nachgeladen ist ja müssen wir ja es geht halt nicht mehr vorsichtig geschütze ich muss hier in den offiziellen geschütze bereich jetzt geschützt wieder oben perfekt sweet spot kann doch nicht sein jetzt vollkraft voraus geschütze oh mein gott dieses spiel verlangt wieder alles von uns gerade vor allem ausdauer so mein freund wir wissen wie das spiel läuft ich dachte wirklich wir müssen das durchs tor treiben oder so ja 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 da bleibt ja nur noch das scharfschützengewehr ist gleich soweit wir haben es gleich alliierten rufen das ist so lächerlich dass man das viel zerlegen kommt darauf einfach nicht klar wir hoffen dass wir jetzt hier gleich munition finden man 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 aber es sieht schon echt cool hier aus wirklich cool aber kraft Luftkistenfahrzeug infiltrieren wo ist die munition ich werde wahnsinnig ich habe nur noch 10 schuss im sniper ich bezahle moni irgendwas das gibt mir irgendwas womit ich ballern kann endlich noch mal durchlaufen ich dachte sie würden mich besser kennen wir hören alles ja klar machen wir da müssen wir rein das ist so schlecht hier zu stehen das ist nicht gut das ist echt nicht gut meine güte eine schlechte position aber kann ja keine ahnen dass da noch leute rauskommt oder ja das oder hat der hat geschützt sie zerfetzt sein helm ihn über fast jetzt kritiker noch mal zurück zur munitionskiste so viel zeit muss sein geschützt ist auch wieder am start die waren auch hier irgendwo da vorne wer weiß wann wir wieder das nächste mal munition kriegen da bin ich lieber ein bisschen übervorsichtig nicht dass ich mich wieder selber umbringen muss war denn jetzt da versteckt hinter dem pokertisch ernsthaft ist doch pokern ne pokern und bier aha solche blacktasks seid ihr also alles ist nachgeladen na gut außer das scharfschützengewehr jetzt aber der eine schuss dafür schmeiße ich doch nicht das ganze das ganze ding weg das ganze magazin dinge längst genau da oben links muss ich rein oh ja da ist die erste welle da ist die erste welle wer war das killer gnu da ne keine moni mehr schande keine speziale war ist nur lila ist nur lila einfach nur lila das killer gnu ja klar natürlich mein schönes extra leben das war unnötig total krass da kommen die nächsten wo vorsichtig ist echt mächtiger schuss wer ballert denn da hinten behalt die drohnen im auge geschützt behalt die drohnen im auge erst mal rauf ballern oder dauerfeuer auf das gnu bis neue drohnen erscheinen wir haben's wir haben's killer gnu deaktiviert aber da kommen noch ein paar ne was von da was wen hast du gerade beschossen geschützt sie bist du ganz kurz wahnsinnig geworden kurz bevor du gestorben bist ist das möglich schade das wäre natürlich cool wenn ich jetzt das geschützt quatsch die drohne getroffen hätte so geschützt sie ist gleich wieder am start kriegen wir das da schon auf so viel schöne energie verschwendet hier oben wenn es sollte reichen sollte reichen das betrf man alter schwede du sehr alt so die drohnen um kannst du gar nicht deine eigenen drohen muss jetzt schmecken jetzt können wir da oben links die tür das muss sie sein ich ignoriere alles da oben links ist muss eine tür sein ist sie das nein das ist noch nicht so nicht richtig hier oben und dann links halt ne da gehe ich noch nicht hin ich gehe nach links nach links bitte und weine ich wie ein kleines mädchen ja das ist sie adresita das muss ich zerlegen das teil das mache ich sofort kann ich das sofort zerlegen vielleicht oh gott alles plündern wir haben es wirklich der spaß hat sich total gelohnt vorstellung präsident andrew alice trifft den ceo von blacktask adresita zerlegen bitte ich bin einfach zu voll ne aber das gute stückchen der adresita wird er doch behalten dafür habe ich doch noch einen slot frei muss ich ansonsten naja ansonsten spielen wir es halt normal meine güte teile besser natürlich visier der kerbstock scharfschützen gewehr visier der kerbstock oh mein gott endlich das hat so lange gedauert stück nummer eins der nemesis ist unser eigen jetzt kann mal eigentlich aufhören oder aus hier nein quatsch wir ziehen es natürlich durch was haben wir hier plündern ja gibt alles her ich nehme die kohle denn davon haben wir nur noch ganz ganz wenig ist ganz schön teuer die waffen zu rekalibrieren haben wir alles verteilt ja ach guck mal ich habe ja sogar noch bekleidungsschlüssel lootbox lootbox auf dem hovercraft ja zeig her geste ok ja jetzt stimme ich zu kaum noch eine lootbox die besten lootboxes gibt es auf dem hovercraft und zwar goldenen not exzellenten goldenen naja gut ich nehme alles zurück kommen eine wobei die beiden box ja schön letzte lootbox lila laune lootbox ja und sehr coole gesten freue ich mich ernsthaft aber noch viel mehr freue ich mich über das erste teil der nemesis von jetzt an ist alles egal das können wir wieder ein bisschen remi demmi machen richtig wie wir wollen das oberdecker reichen ich glaube das ist das finale oder wird auch langsamer zeit wie lange ich schon diese mission spiele wo soll ich hin wo ist das oberdeck höchstwahrscheinlich ist die irre um nächster aktivitätsabschnitt sd fertigkeiten kills abschnitt 04 ich weiß gar nicht was das ist sind so viele neue sachen dazu gekommen das kann man irgendwann gar nicht mehr durchblicken schütze einpacken und weiter der gerade hinsetzen kurz den nacken durchrenken es folgt der finale abschnitt auf dem hovercraft hoffe ich weibern stellen weibern stellen was ist denn ein weibern bitte so